Martha! Mein liebes Herz, du kannst mich heute vor dem Tod retten. Wie kann ich das? Wenn du mit dem Springflitzen nach einem Absteigquartier fährst. Wo tu das, mein Lieb? Er sagt, du müsstest ihm heute Abend noch angehören, sonst zeigt er mich morgen aus. Wie soll denn eine solche Ungeheuerlichkeit dein Leben retten? Ich versteh das nicht. Wo will deine Altenkeit gebredet sein? Du musst ihn verschwören, dass er sich für dich verschwören. Und was war? Ich erwarte dich morgen früh. Ich erwarte mir, und wenn dich nur vor dem Tod retten. Lass ihn kommen. Aber du musst dich hin, und dein Herz übernehmen. Ich versteh das nicht. Nimm diesen Zettel, da steht die Adresse drauf. Es ist ein Hotel Sechstenreis, in dem man dich mit ihm heute Abend erwartet. Jetzt aber rasch! Ja, ich bitte in meinem Leben hin. Ich habe entschuldigt, wenn ich dein Maul voll habe. Ich bitte Sie an, und vermuten Sie sich meiner Blut. in meinem Leben. Und das ist ein Trailer. Wir müssen noch diesen Augenblick fortziehen. schreien wir. Und das ist ein Trailer. Ich versteh das nicht. Ich versteh das nicht. Aber du schreien wir. Ratsch, Ratsch, Bob, wir müssen doch diesen Augenblick fort. Aber wir müssen die Kleider wechseln. Mit die genelige Frau Befehle. Was, genelige Frau? Du gibst mir deine Kleider und sie ist meine.